Hallo und einen wunderschönen guten tag aus dingelsbühl jetzt mal wieder ein technik video und ihr seht schon an meiner kamera position ich fange heute auf dem dach an ja wir haben hier ein kartago stehen da haben wir eine besonderheit gehabt der kunde wollte verschiedene sachen ausgebessert haben also zum einen ist er gekommen weil man eine diesel heizung verbaut haben eine webasto aber er hat gesagt guckt doch mal bitte meine solaranlage an weil die einfach tut es nicht richtig da kommt nichts rum und ich habe einen wechselrichter der schon drin ist aber da geht auch nur eine steckdose und ja dann haben wir uns das ganze angeschaut und hier haben wir also festgestellt dass da hinten haben wir eine solarplatte von der firma büttner die hat 72 zellen das ist die black line mit 110 watt und 72 zellen hier vorne haben wir eine ja wenn das die marge ist dann heißt es move ich kann die zellen nicht definieren ich weiß nicht wo die her ist jedenfalls hatte keine 72 zellen und hat da ganz andere grundspannung lehrlaufspannung hat andere zellen anzahl und wer auch immer die dann montiert hat hat aber die beiden parallel zueinander geschalten an einem solar regler ja und das hat natürlich nicht funktioniert weil das problem ist wenn man sowas tut und die spannungen sehr ungleich sind und die zellenanzahl ungleich ist dann wird die niedrigere oder die schwächere platte als last im prinzip und da kehrt sich dann das ganze um und letztlich kommt dabei nichts mehr raus außer dass man einen haufen geld ausgeben hat und es eigentlich nicht wirklich funktioniert das haben wir jetzt verändert wir haben die platte von büttner runter wir haben die parallel schaltung aufgelöst wir haben eine zweite dach durchbruch oder einen zweiten dach durchlass gemacht und damit man dann entsprechend die platten an zwei solar reglern hängen weil anders ist das jetzt in dem fall nicht lösbar das zeige ich euch jetzt auch mal in dem fach wie wir da dann vorgegangen sind da haben wir jetzt ihr seht hier schon der rechte von beiden der war schon verbaut der da jetzt haben natürlich nur einen zweiten und zwar exakt den gleichen dazu gemacht ja damit es einfach ein bisschen stimmiger ist das ganze das fach muss man ein bisschen ausräumen weil wir dann die kabel reingezogen haben damit es eben wieder sauber ausschaut und sauber verkabelt ist genau an der stelle weil ich gleich hier bin zeige ich euch schnell den wechselrichter der ist hier verbaut der kunde hat hier die problematik hat dass nur eine einzige dose und zwar die hier am dunstabzug mit strom versorgt war also dieser wechselrichter war ein bisschen körpernäckig montiert und angeschlossen er hat ja eine integrierte netz vorrang schaltung und die haben wir natürlich jetzt auch genutzt und haben das ganze anständig verkauft und somit haben wir jetzt eine anständige netz vorrang schaltung alle dosen gehen jetzt mit dem wechselrichter und alles passt also das haben wir jetzt auch verändert und hier das ist ein bisschen eng hier gewesen haben wir unser webasto eingebaut keine sorge nein wir lassen die nicht hier einfach rein blasen hier sind wir hier sind wir da kommt natürlich noch lüfter schläuche hin wir haben einmal außen hier einen auslassing gemacht und dann kommt noch y stück rein damit der vordere bereich beheizt ist und hier haben wir auch noch mal einen rein gemacht damit der hintere bereich sprich so schräg nach hinten eigentlich wollte man hier hin machen das hat aber nicht funktioniert weil der schub sehr nah an dem vorbeiläuft und die drang ja doch ein bisschen auf das wäre jetzt nicht gut gegangen aber hier kann man mit den webasto lüfter die kann man drehen und schön strich stellen dass also die luft wirklich auch hier hinter geht die haben wir schon fertig die haben wir schon testlauf gehabt das funktioniert alles wo haben wir die ganze systematik verbaut natürlich hier oben da sehen wir es kurz da haben wir den regler verbaut und ja das andere war schon er hat eine alte heizung das ist der wechselrichter wo hier verbaut ist hier haben wir die alte heizung verbaut und hier ist die satellitenschüssel genau jo was haben wir noch gemacht alles andere war schon jetzt schauen wir mal ins batteriefach weil auch da haben wir natürlich einiges umgebaut weil der kunde natürlich gleichzeitig auch noch einen ähm lithium akku bekommen hat schwenken wir hier mal rum laufen wir mal auf die andere seite wir haben ein lithium akku verbaut und gleichzeitig ein neues ladegerät weil das herkömmliche ladegerät hat es natürlich ja hat keine anständige gel kennlinie äh lithium kennlinie und dann haben wir natürlich gleich noch ein sauberes ähm einen sauberen hauptschalter verbaut und das wollte ich euch jetzt mal zeigen wie das jetzt hier ausschaut jetzt machen wir hier mal die klappe auf so dann haben wir das fach komplett neu gestaltet hier haben wir einen ladebooster verbaut hier hinten haben wir die ganzen sicherungen und den masse verteiler auf der seite haben wir den plus verteiler mit hauptschalter und den lithium akku reingesetzt genau verdammt eng ja ich weiß es ging leider nicht anders und nicht schöner weil das natürlich hier alles schon zum größten teil angefangen war wir haben natürlich nur ausgebessert und nicht neu verkabelt so muss man natürlich immer teilweise mit dem vorhandenen leben und ich glaube aber wir haben das beste rausgeholt funktionstest ist schon durch funktioniert alles geprüft ist alles jetzt kommen morgen nur ein paar feinarbeiten der schlauch wird noch reingemacht von der webasto heizung aber ich finde das fach ist gut gelungen schaut sauber aus wir haben jetzt hier den 30 ampere das 30 ampere ladegerät hingebaut hier haben wir den 30 ampere ladebooster hingebaut nicht wundern dass da liegt natürlich so lose rum weil man das natürlich faltet sich dann dementsprechend zusammen wenn wir hier runter gehen damit man das auch sauber wieder bedienen kann hier haben wir die wechselrichtersicherung die vorher nicht drin war die haben wir natürlich mit eingebaut das fahrzeug hat auch vollautomatische hubstützen da haben wir hier die sicherung und dann haben wir den hauptschalter habe ich gerade schon erwähnt dann haben wir hier den ladebooster den haben wir natürlich auf der starter batterie mit angeklemmt damit das eben alles hand und fuß hat und sauber verkabelt ist überall unsere schlutzschläuche rum hier fehlt er noch da kommt er noch rum dann passt das super dann schauen wir noch kurz hier rein da haben wir jetzt nichts weltbewegendes gemacht nur kurz mal durchgesaugt alles sauber gemacht da drunter ist ja die starter batterie da haben wir dann dementsprechend alles angeschlossen und verbaut und bei dem fahrzeug beim catago da haben wir natürlich das ist immer ganz geschickt das gefällt mir persönlich immer sehr gut da haben wir in der garage im hinteren bereich die ganze stromversorgung das spricht hier da unten drin und hier war auch das ehemalige ladegerät gesessen das wir raus gemacht haben und hier haben wir jetzt noch eine steckdose verbaut eine 230 volt steckdose damit der kunde auch dementsprechend hier mal was laden was arbeiten kann und dementsprechend flexibel ist einfach da haben wir dann auch natürlich den kühlschrank ausgeschliffen weil das ist immer ganz wichtig dass man den kühlschrank separat ausschleift aber ich finde das bei catago aber ganz schön wenn man hier gut gelöst mit dem elektrokasten jo dann haben wir hier das ehemalige ladegerät das haben wir rausgebaut warum haben wir das rausgebaut also zum einen jetzt haben wir 200 ampere stunden lithium drin und das ladegerät lädt mit maximal 16 ampere und hat halt einfach nicht die richtige ladekennlinie also er würde mit einer gelkennlinie mit der ladeschlussspannung von 14,1 fahren das ist aber alles nicht das korrekte lion drum braucht ca. 14,4 als lithium akku also das ist quatsch wenn man dann so ein ladegerät drin lässt mir empfehlen da dann schon ein neues zu nehmen und das dann mit zu verbauen ist sicherlich kein unbedingtes muss weil die meisten akkus auch mit der gelkennlinie gut klarkommen als lithium aber es empfiehlt sich halt schon weil es einfach ja es ist einfach besser ja in dem sinn ein kurzes knappes technik video den haben wir heute komplett fertig gestellt also das heißt wir haben heute heizung eingebaut wir haben die ganze elektrische anlage durchgemacht solarplatten umgeklemmt ja sind jetzt fast fertig geworden wie gesagt jetzt fällt nur die heizschläuche und dann haben wir es auch schon durch und morgen rollt dann auch schon das nächste auto an und ein bisschen was haben wir auch noch dastehen da machen wir dann wieder munter weiter und in dem sinn wünsche ich euch einen wunderschönen abend und vielen vielen dank für die tollen likes und die tollen abonnenten und wir sehen uns viele grüße aus dingesbühl bis bald tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020